Diese Sprüche mit den Türen kennen wir ja alle irgendwie. Von den Türen, die sich öffnen und durch die man dann eben auch mal gehen muss. Ich stand immer wieder vor solchen sprichwörtlichen Türen und habe mich nicht getraut. Auch wenn sie mir andere längst geöffnet hatten, so war das auch im Sport. Im Volleyball. In meiner Mannschaft spielen? Ja. Im Spiel alles für den Sieg geben? Ja. Aber auch Verantwortung übernehmen? Als Spieler, als Trainer oder gar Abteilungsleiter? Vor kurzem habe ich mich dann mal getraut. Die Tür zum Abteilungsleiter stand offen und ich bin durchgegangen. Als ich merkte, welche Lektionen ich durch diesen einen Schritt durch die Tür lernte, merkte ich, dass ich jungen Menschen das Vereinsleben, so wie ich es in den letzten 14 Jahren erlebt habe, zeigen und ihnen selbst neue Chancen bieten möchte. Und diese Möglichkeit bot sich mir dann auch. In Riesa durfte ich helfen, eine Basketballgruppe für Jugendliche aufzubauen. Es wurde eine Basis geschaffen, damit sie eigene Erfahrungen sammeln und gemeinsam Neues lernen können. Ich finde es wichtig, jungen Sportlern die Tür aufzuhalten, damit sie sich im Verein ausprobieren. Denn ein Verein ist eine Gemeinschaft, welche eben irgendwie auch ein Raum mit vielen Türen ist. Zu verschiedenen Menschen, zu verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen und zu eigenen neuen Räumen.